Als erstes aktivieren Sie die Option Sperrfunktion für Dokumente erlauben in den Einstellungen des Accounts im linken Hauptmenü. Im Kontextmenü des nötigen Dokuments in der Liste wählen Sie die Funktion Sperren aus. Danach werden andere Benutzer die Datei lesen, aber nicht ändern können. Das Dokument wird entsprechend markiert. Wenn Sie alle nötigen Änderungen vorgenommen haben, vergessen Sie nicht die Datei wieder zu entsperren, damit die anderen Mitarbeiter weiter mit dem Dokument arbeiten können.